Fußballspielen habe ich gelernt mit zwei, drei Jahren bei mir zu Haus. Dann bin ich schnell zum Verein gekommen, FSC Pölz hat er geheißen. Da habe ich mich dann so ein Bild durchgewurschtelt und so hat es begonnen. Der Spielstil von Rapid kommt mir ... ... entgegen. Die Integration ins Team fiel mir ... ... eigentlich extrem leicht. Einige Spieler habe ich eh schon gekannt. Es waren einfach alle sehr leiband. Es war überhaupt nicht schwer. Die Stimmung in der Kabine ist ... ... einfach super, es rennt sehr spät. Überrascht hat mich an Rapid ... ... der Medienrummel und die Fans sind einfach unglaublich. Das ist einfach eine andere Welt, aber wenn man sich ein Bild darauf vorbereitet, dann ist das kein Problem. Neben Fußball mag ich ... ... einfach mit Freunden Kaffee trinken gehen, so ein bisschen in der Stadt chillen. Tennis spiele ich auch gern und sonst nicht viel. Meine Vorbilder sind ... Vorbilder habe ich eigentlich keine. Ich schaue mir auch von mehreren Spielen einfach ... ... gute Aktionen ab und ... ... gute Fähigkeiten. So probiere ich mich ... ... auch was das betrifft weiterzuentwickeln. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus